Was sind die verschiedenen Arten endoskopischer Retrograde-Colangiopankreatographie-Verfahren? Die endoskopische Retrograde-Colangiopankreatographie steht für die endoskopische Retrograde-Colangiopankreatographie, eine medizinische Technik zur Diagnose spezifischer Probleme des Pankreas- oder Gallengangssystems. Die verschiedenen Arten der endoskopischen Retrograden-Colangiopankreatographie konzentrieren sich auf einen endoskopischen Blick auf die Gallenwege der Bauchspeicheldrüse, der Gallenblase und auf einen Teil des Gallengangsbaums, der mit der Leber in Verbindung steht. Während sich das endoskopisch-Retrograde-Colangiopankreatographie-Endoskop in der Nähe dieser anatomischen Strukturen befindet, kann es einen Schließmuskel aus dem Gallensystem entfernen, Gallensteine entfernen oder Stenz platzieren. Diese endoskopischen Retrograden-Colangiopankreatographie-Verfahren werden normalerweise unter leichter Anästhesie durchgeführt, wobei sowohl Endoskopie, Fluoroskopie als auch Angiografie verwendet werden, um jegliche Blockaden im Gallenbaum zu verfolgen. Bei endoskopischen Retrograden-Colangiopankreatographie-Verfahren liegt der Patient auf der linken Seite, normalerweise leicht sediert und anästhesiert. Bei diesem Verfahren wird ein Endoskop verwendet, bei dem es sich um eine kleine Kamera am Ende eines langen, flexiblen Schlauchs handelt. Sie wird über den Mund eingeführt und über die Speiseröhre in den Magen geführt. Es geht aus dem Magen zum Anfang des Dünndarms, der als Zwölffingerdarm bekannt ist. Hier befinden sich die Öffnungen zum Pankreas und gemeinsamen Gallengang. Eines der Markenzeichen der endoskopischen Retrograden-Colangiopankreatographie ist die Verwendung der Fluoroskopie. Die Fluoroskopie ist eine spezielle Art von Röntgenstrahlung, mit der der Arzt die Strukturen des Körpers in Echtzeit sehen kann. Angiografie wird auch verwendet, um die Gefäße und Kanäle der Gallenblase und der Bauchspeicheldrüse hervorzuheben. Mit diesen Werkzeugen markiert der Arzt den Gallengangsbaum, um festzustellen, ob Blockaden oder Verengungen behoben werden müssen. Ab diesem Zeitpunkt kann der Arzt mit dem Endoskop Probleme beheben, indem der eine Struktur erweitert, einen Stand platziert oder einen Stein entfernt. Während dieser Zeit schläft der Patient und kann sich an keinen der Vorgänge erinnern. Die Vitalfunktionen werden engmaschig überwacht und der Patient schläft weiter. Es gibt einige Risiken bei endoskopischen Retrograden-Colangiopankreatographie-Verfahren wie Pankreatitis. Pankreatitis ist durch starke Bauchschmerzen, Übelkeit und Erbrechen gekennzeichnet. Obwohl bei endoskopischen Retrograden-Colangiopankreatographie-Verfahren ein Risiko besteht, besteht auch die Gefahr von Gallensteinen und Gallenstrukturen. Das Risiko einer Pankreatitis bei einer endoskopischen Retrograden-Colangiopankreatographie beträgt etwa 5%. Weitere Risiken sind die Perforation des Dünndarms und eine allergische Reaktion auf den für bildgebenden Teil des Verfahrens verwendeten jodhaltigen Kontrast.